Star-Besuch in Zürich. Supermodel-Bar Raffaeli schreitet im G61 über den blauen Teppich. Als Werbebotschafterin für Samsung. Das ist aber nicht ihr spannendstes Projekt. Die schöne Israelin ist nämlich schwanger. Das Buch ist ja wirklich kaum sichtbar, aber auch wenn das Baby da ist, hat sie schon einen Plan. Es ist normal und es ist natürlich, wie die Natur und wie dein Körper funktioniert. Und ich kann mein Baby in meinem Büro bringen, in dem Set, also wir sehen. Wer aber nicht mehr zur Arbeit kommt, ist der Ehemann. Willst du ihn viel missen, wenn du reibst? Nein, nicht überhaupt. Ich liebe ihn. Natürlich, er ist mein bester Freund. Und dann ist alles mehr Spaß und besser, wenn er hier ist. Ich liebe ihn mit ihm, wenn er mit mir kommt. Aber er hat seinen eigenen Job, den er zu gehen muss. Also kann er mit mir immer mit mir gehen. Ich miss ihn sehr viel, wenn ich weg bin. Darum ist dieser Aufenthalt in der Schweiz auch ein kurzer. Morgen reist sie nämlich schon wieder ab und zurück zu ihrem Schatz. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn.